Guten Tag, mein Name ist Henry Base. Ich bin Interim Manager, Trainer, Berater für Vertrieb. Bereits seit 2004 begleite ich Unternehmen in unterschiedlichen Aufgabenstellungen. Ich leite eine Vertriebsabteilung und ich optimiere Strukturen. Im Tagesgeschäft arbeite ich mit dem Vertriebsteam teilweise am Point of Sale zusammen. So sehe ich, wie sich Strategie und operative Umsetzung voneinander entfernt haben. Ist das der Fall, dann bestraft ein Wandel im Kundenverhalten das. Gefordert ist konsequente Kundenorientierung. Die Zufriedenheit des Kunden muss wieder deutlich zunehmen. Das Personal zu motivieren, ihm Kundenorientierung beizubringen und gleichzeitig die Kompetenz zu vermitteln, Abschlüsse zu bringen, das kann man lernen. Als Trainer übernehme ich die Trainings der Mitarbeiter selbst. Ich nenne es Vertriebstrainings in kleinen Portionen. Ich stelle sicher, dass Ziele erreicht werden. Ein Fazit. Mein ganz einheitliches Dasein gewährleistet eine nachhaltige Wirkung. Training, Beratung und vor allem aktives Interim Management sind in meinen Projekten ganz eng miteinander verbunden. Wie steht es um Ihr Unternehmen? Gibt es einen Bedarf, den Vertrieb und seine Mitarbeiter zum Motor des Unternehmens zu machen? Falls ja, dann freue ich mich auf Ihren Anruf. Ihr Vertrieb ist meine Mission. Vielen Dank. Vielen Dank.